Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder in ein weiteres Lost Place. Ich habe keine Ahnung was uns erwarten wird. Wir waren hier schon mal vor zwei Monaten. Hier hat es absolut nach sehr schlimmen Dingen gerochen. Bin heute nicht alleine. Hallo. Wir werden jetzt das Lost Place erkunden, gucken was uns erwartet. Genau. Hallo. Let's go. So Leute, wir müssen jetzt erstmal gucken wo der Eingang ist. Ich habe keine Ahnung. der war eigentlich genau hier. Digga Raul, guck erstmal. Bevor wir da jetzt reinkleittern, guckst du. Komm mal hier hin. Du siehst schon das Gebäude hier. Eigentlich müssen wir hier irgendwo hoch. Ich check es gerade nicht. Wir waren hier nämlich genau letztes Mal schon. Und es ging hier halt hoch. Ich finde es noch gerade nicht. Ich habe es gefunden. Gut, das ist genau das. Ich komme nicht zugewachsen hier. Okay Leute, das ist gut. Komm rein. Ich bin Dank. Was ist das, dass du mir so nehmt? Was ist das denn jetzt mal gewesen? Das ist ne alte Gaststätte gewesen. Wo man so trinken fand oder so. Na Gaststätte, da isst du auch. Kann das haben schon mal nachdenken. Hier steht, das steht hier. Achtung, Vorsicht, Boden. Nicht laufen, stehen, gehen. Hier ist auch schon alles zerroht. Das ist doch so nett. Ja, führ mal rein. Führ mal ein bisschen höher, führ mal ein bisschen höher, so wichtig, dass man da rein sieht, rum ein bisschen nach oben. Habt ihr eure Lampen dabei? Nein, hast du Lampen dabei? Mach auf den Kopf und mach an. Oder dann haben wir die Hand. Ah doch, ich hab Lampen dabei. Aber es ist eine kleine, ne? Kleines Losblaze. Ja. Ist da was? Kommt nicht. Und filmt immer. Alles schön filmt, ne? Hier kommt auch schon alles runter. Wie geil. Stühle überall. Das ist krass. Wir können so fette Saufbrat hier machen. Wird man, ist das stiller, Alarm vielleicht? Ne, ne? Kannst du immer die Augen offen halten, aber guck mal, hier werden hier kein Sch... Ach du Scheiß, komm mal her. Hä? Da hinten kommt ein riesiger Raum noch. Komm mal her. Komm mal her. Und da hinten geht's auch noch weiter. Ein wunderschöner Hut da. Oh ja, komm mal her. Hier ist richtig creepy. Holy shit, komm mal her. Oh, was ist das denn hier? Komm mal rein, komm mal rein. Hier geht's jetzt weiter, nirgends. Digga, hier sind irgendwelche Fiecher. Guck mal da hinten. Film mal nach der... Digga! Warte, film mal nach der... 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 Das ist richtig... Ach, das sieht aus wie so Statuen. Komm, wir gehen mal weiter, ja? Wie findest du's hier? Bemüglich? Was? Bemüglich? Ich hab dir die Beine. Hier ist der im Hof, oder so. Oh, ganz reinkommen. Das ist ne... Ey, das ist ne Bowlingbahn. Guck doch. Kegelbahn, Bowlingbahn. Ja. Klar. Da sind die Dinger, die die so hochziehen. Das ist ne Kegelbahn. Hier ist nix. Hier ist ein Regal. Da können wir vielleicht tun, hoffentlich noch später. Hier ist ein Kegelzäfer auf. 25. September, aber hier steht nix von einem Jahr. 2011. Guck mal weiter. Hier steht auf jeden Fall was von 2011. Also es könnte sein, dass das Ganze hier schon seit 2011, 2011 verlassen ist. Guck mal. Hier, das seht ihr ja. Was ist das? Das zieht daran hoch. Das sind die die Kegel hochziehen. So. Ich weiß gar nicht, wo es da hinten noch hingeht. Also hier ist riesig. Wir gehen mal dahin, wo es da hinten zu dunkel wurde. Wir müssen aber wirklich aufpassen. Das schreit nach. Keine Ahnung. Machen Sie eine kleine Kletteraktion. Die Kletteraktion. Das ist ein bisschen stabil. Es wacht ab da. Also hier hinten sieht es auf jeden Fall noch aus wie ein richtiges Haus. Hier das Ganze bis heute nicht. Kann ja wirklich so ein Innenhof sein, ne? Aber hier hinten sieht es noch so eine Antenne. Hier geht es rüber. Wir gucken mal. Einen wunderschönen. Ich bin hier um Freundschaften zu schließen. Digger was. Ist das eine Ratte? Oder? Keiniger. Hat das Pippen? Mhm. Das kommt von rein. Darum wir in den Keller gehen. Gleich noch. Nö, Diggi. Doch. Da muss ich rein gehen. Komm. Ein Spinn. Ja, da können wir abhauen, oder? Äh, hier. Ich bin mal raus. Ja. Was ist das denn da hin? Was ist das für ein Bunker oder so? Ja, wir gucken mal. Schön in meinem Hand her schwenken. Und äh. Wenn das Kursverschützstuhl. So weit bin ich ja nicht immer noch zu schärmen. Was ist denn? Kidman. Oh nein. Ach so. Ach, du Heidegescheiße. Wie ist die Bierparty, die du so gesucht hast? Ich muss den Maulrauf hauen. Ja, ne. Wie ist die Bierparty, die du so gesucht hast? Oha, Diggi. Dann laufen die ab. Jetzt mal rücken. Wo stehen die denn eigentlich immer unten, oder nicht? Hm. Hm? Die sind 95 abgelaufen. Genau vor, also Mai 95. Digga, was? Warum? Vor Anfangsjahren. Digga, ist das seit 95 schon? Kann sein. Digga, warum? Die war aber, ne? Okay, jetzt. War aber, ne? Komm mit, ich bin mal. Das ist halt alles schon hergeronnen, ne? Die ganzen Fenster sogar raus. Jetzt soll ich mal die zweite Etaschenplette? Nee. Der andere Schritt, oder? Der andere Schritt, oder? Oh Gott, oh Gott. Was denn? Ich hab mich gerade so erschrocken, weil ich gedacht hab, ihr werdet jemanden. Warum? Ich hab irgendwie so einen Schatten meiner Illusion gesehen. Wir können auch noch in den Keller gehen. Komm. Auf. Nein, hier kommen aber keiner rein. Hier ist ein Spinn jetzt. Okay. Riesengroß, also wenn man das vermieden hat, dann ist das schon krass. Komm mit. Nö, Digga. Komm mal ne Kamera, komm mit. Ach du, heiliger Schwanz, was ist das denn hier? Was ist denn? Ein totes Reh. Ernsthaft? Guck. Was? Guck. Spass, das ist ne Rehfinata, oder so. Siehst du das? Mhm. Nee, da muss ich jetzt nicht rein, ich geh mal rein. Hier, ne Kamera mit. Hallo? Komm mit. Nein. Komm mit rein. Nee, Digga, komm. Ich lauf als erstes in die Scheiße Räume rein. Wo ist das denn? Was? Das Wind jetzt. Ist das schon? Das ist schon mal steck gemacht. Guck mal. Wenn irgendjemand irgendwas gemacht würde, dann wären wir ja hier schon, ne? Komm mit, das ist nicht. Ja, hier sieht man schon, wie alt ist das Maschinenraum. Hier ist aber noch eine relativ neue Abzeugdose. Oh, das sind noch ganz alte Steckdosen. Ja, und das hier ist so ein, ist das ein Baumwassernal oder was? Guck mal, dass das für ein kleiner Wasser Tank ist. Guck mal, das ist natürlich eine Ruhle verbrannt, oder was ist das? Mhm. Da haben wir noch zu leben. Komm mit. Ach, du kackierst, der Wasser Tank, glaube ich. Ach, du kackierst, ich bin noch mal. Maschinenraum, komm auf die Seite. Wenn jetzt jemand is wirklich, Digga, wir machen nix. Wir sind jetzt das hier. Ist eigentlich nicht gerne. Ja, wir sind auch. Ich glaube, wir sind eigentlich wieder schon fertig, oder nicht? Muss ein Scheiß-Datum sein, das kann nicht sein. Da braucht noch Wasseranschluss oder so. Gasanschluss, ich weiß es nicht. Hier ist sogar das Fenster schon zu. Mhm. Ja, ein bisschen mehr. Ich glaube, Wäscheleine einfach. Führen wir wieder nach vorne, ne? Ja, die Wäsche, wir wieder nach vorne. Du hast hier mit den Katzenkrabbeln, Adi ist gar nicht. Ist der Arme? Ja. Okay. Okay. So fett. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, dann können die beiden fürs Mitkommen und sehen wir uns beim nächsten Mal.